Leute mit einem Monatsgehalt von weniger als 6.000 Euro, aufgepasst, ist die Software zum Geldverdienen, die sie spielen, so, sie spielen eine Minute lang ein Spiel und sehen sich zwei Minuten lang eine Werbung an. Das ist gefälschte Software zum Geldverdienen. Das echte Geldmaking-Software sollte wie Lucky Step sein. Sie können Geld verdienen, indem sie einfach zu Fuß gehen. Es ist dieser Lucky Step. Es gibt eine Geldprämie für Neulinge, um online zu gehen. Während sie Gesundheit ernten, können sie auch Geld verdienen.